You are playing the Stanley Parable, steht hier, ein Spiel, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, keinesfalls bereits in einen Wahnsinns-Marathon abgedriftet sind, in dem wir zweieinhalb Stunden rund gedreht haben. Zweieinhalb Stunden haben wir die Demo gespielt. Wir, das sind Michael Obermeier, hallo. Und ich, Martin Lee. Genau. Das haben wir gut gemacht. Jetzt schon verwirrt. Das ist auch das Spiel. Wir spielen einfach mal gleich los. Wir haben tatsächlich zweieinhalb Stunden die Demo gespielt, sind dabei völlig irre geworden. Also kann es jetzt nur noch verrückter werden. Sind wir denn hier drin? The end is never the end. Also wir garantieren für nichts. Es kann alles jederzeit passieren. The end is loading. Oh nein. 427's job was simple. He sat at his desk in room 427, and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came in. As though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Boss and guy that drop. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. He looked all the way out, but still still. Was für ein geiler Job. Ne? Hammer, ich wäre so glücklich. Zumindest eine Weile. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Warum? Ich hätte gedacht, wir würden das wieder 3,5 Stunden rauszögern, aufzustehen. Aber gut. Ne, das hat dir Debo auch ganz geschickt gemacht mit dem Anfangsscreen auch schon. Ich bin total gespannt. Du hast die Mod so ein bisschen mehr gespielt oder zugeschaut. Genau, ich habe zugeschaut, wie jemand anders die gespielt hat. Schauen wir mal. Die sind plötzlich ganz alleine hier. Aber die kann man ja auch auf X-Arten spielen. All of his Co-Workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the Meeting Room. Perhaps he had simply Mr. Memo missed. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his Co-Workers. Und dann bin ich einfach mal in mein Büro gegangen und habe angefangen zu arbeiten. Und dann hätte man vergessen, dass da unten ein unternehmensweites Meeting war und dachte auch, die Neutronenbombe wäre gefallen. So, dann hast du nicht Stanley Parable vorher gespielt. Ja. Sonst wäre ich hier völlig kaputt gegangen. So, suchen wir mal den Meeting Raum. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Hmm. Stimmt überhaupt nicht. This was not the correct way to the Meeting Room and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the Employee Lounge first, just to admire it. Ja. Ja, fuck you, I won't do what you tell me. Was für ein Rebell. Aber die Employee Lounge müssen natürlich... Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ah, geil. Das Gefühl, der macht sich über mich lustig. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating, that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit, looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Da ist ein Zettel. Du warst beruhigend mit dem Platz. Stanley's Obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible, that this is why everyone left. Aber es ist auch wirklich schön. Das Blau und das Grün, das passt voll gut in den Raum. Das macht es echt sehr beruhigend. Es fehlen so ein bisschen... Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left, to get back to business. He 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 he. Hm. Da sieht es aber auch interessant aus. Ist das gar nicht stuh? Da kann man irgendwo ein bisschen durch so ein Fenster gucken. Ich will eigentlich jetzt nicht per se immer das machen, was er mir sagt. Ich will das eigentlich... Damit du nicht in ein Muster oder in eine Schublade passt. Aber ich gucke, ja, ich passe eh in keine Schublade. Viel zu fett. Aber ich gucke mal aus dem Fenster kurz. Und so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Or did he? Do not push the red button. It's time to push the button. Pull the button. Da 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 da. Ja! Nooo. Oh. Ich hab mir was falsch gemacht. Oh mein Gott. Das macht er jetzt extra, jetzt eingeschnappt. Die blöde Sau. Dir ist wohl schon klar, wenn du es immer abwechselnd machst, dann bist du auch in ein Muster einzuordnen. Nein, 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 nicht auf der Seite. Warum hätte ich immer gesagt, dass es auf der Seite war? Was dachte ich mir? Es ist sicherlich... Oh Gott, warte mal kurz. Mal schauen, wir gehen nach der Seite, 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 nach der Seite. Ja, okay, okay, ja. So, ich habe es jetzt. Diese Geschichte ist definitiv, definitiv, dieser Weg. Das ist doch der von der Demo, das haben wir doch gesehen auf der anderen Seite. Wir waren auch hinter dem Lieferwagen. Waren wir nicht ganz. Mit dem Compliment Room. Ach, stimmt. Aber es sieht ein bisschen anders aus, als ob ich dachte, es wäre schade. What? Fired. Das bin ich. Boah, ein Spoiler. Fuck. Nein, ich habe zu spät erst geguckt. Acht. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Sehr gespannt. Da wird er ganz bekloppt. Da drüber! Ich kann nicht hüpfen. Dann gehen wir hier rein. Dann um die Ecke rum. Geil. Ja, ausgetrickst. Spiel noch was denn? Fünf vor acht. Acht. Kein Problem, dass du immer zu spät zur Arbeit kommst. Acht. Nein. Ich war auch. Ich war gerade so im Flow. Ich war gerade zu weit. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Vielleicht hat er einfach nur ein Memo gewonnen. Ich habe eine Theorie, was passiert ist. Ja, schieß los. Was ist das Schönste? Was ist das? Was ist das? Das ist unordentlich, die Co-worker hier. Was steht da? Stopp! Auf der Tasse. I hate Mondays. I hate Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Es wird nicht besser. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? What? I knew we'd miss something. The story. Here it comes. What? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. What? What? So langsam. Ich bin hier für viel zu haben. What? Eww. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Hmm. Do you remember Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Yeah! Yeah! I know you put in a lot of hard work and it really paid off. So, good job. Cool. Yeah, thank you for that. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for your win. Some people win fair and square and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to be started. How often the Satz fällt. That's... That's... That's why I don't know. That's why I don't know. Alright. I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ups. Wie jetzt, wenn man auf dem Gehweh geht und nicht auf die Linien treten darf. Oh, ja. Das ist gut. Also, ich muss jetzt echt aufpassen. Das sehe ich da nicht. Haben wir denn Füße? Ah! Ah! Wir hatten vorher auch keinen, oder? Das war... Den rechten Fuß war ich noch drauf. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward Stanley! To destiny! The... Here's a thought. Would not wherever we end up be our destination? Even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can first agree that the nature of existence is inferred by my product of one subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa, 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 whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Okay. Actually, I don't see the mood on the期限. I don't see if I got to lose the mood on my own hin. No, no, no! What a drink is also aydr. Okay, can we do amazing things? In theory. It's too big for me. Oh, mein, das ist ausgedrückt, die Schöne ausgedrückt. Jetzt müssen wir hier auch nicht mehr die Linie halten. Doch, jetzt! Hallo! Nein, die sind nicht vorbei. Still, wenn man einmal auf die Linie getreten ist, ist es über die Weg. Oh, in der 6? Das war die kleine Linie, oder? Das sind denszym Beitragy-Kanal Wird plötzlich vorher bacon產 tokiden. Dann Spiel Oesoppen. Ja, mag ich nur mit den Biggern? Ja, naja. Wie kann ich technisch ausgedrückt wie es um die Linie betrachtet, wurden. Da kann man natürlich sagen, dass das totaler Quatsch ist. Da kann ich schon überhaupt nicht verziehen. Ich bin auch zu faul nachzugucken. Vielleicht kann es euch mal, aber nachher, das muss man nicht stimmen, wenn ihr das sagt. Da verkleidet einer von euch darunter, weil er immer die falsche Post sieht. Ja, fangen wir in Haugen halt zu glauben an. Ja. Dann muss es wirklich stimmen, wenn ich die falsche Stimme habe. Ich habe die falsche Prüven, die aufgelistet. Komm, ich habe keine Formel-Tipp-Pull. Das ist ja noch nicht die Formel. Das ist ja noch ein Tachau. Cut the music. Go back and look at that Fern. Stanley, this Fern will be very important later in the story. Das macht er jetzt nur, weil er genau weiß, es kommt keine Story und will uns jetzt hier möglichst lange hinhalten, weil er weiß, wir könnten solche Blätter zählen und dass wir später merken, ich glaube, es ist später eine wichtige Frage, es kommt bestimmt, wie viele Blätter waren an dem Fahren? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vier, zwölf, 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 zw Ich glaube, du hast dich verzählt. Da oben waren ja auch noch welche. Ich glaube, das ist extrem wichtig eigentlich. Oder was könnte noch wichtig sein? Das wird garantiert später abgefragt. Das ist keinesfalls so eine Inhaltertaktik. Was könnte noch wichtig sein? Die Erde ist schwarz. Die Farbe. Das ist gut, dass du da aufgepasst. Das hätten wir später nicht mehr gewusst. Hast du was zu schreiben? Schreib mal auf. Was denn? Grün. Nur grün? Ja, wieso? Kannst du mir so rot schreiben? Nein, aber es ist ja... Ist doch grün. Aber was für ein grün? Grün. Nein, nein. Was ist das für ein grün? Fahngrün. Schwierig dagegen jetzt anzuargumentieren. Also schreib auf, Fahngrün 5. Fahngrün. 5 stimmt aber nicht, glaube ich. Doch. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich habe die Vermutung, dass du falsch... Könnt ihr in den Kommentaren sagen, ob das stimmt oder nicht? Ihr habt ja mehr Zeit. Ihr könnt ja pausieren. Ich zeige das auch von der Seite. Dann müsst ihr natürlich dann doppelte substrahieren. So, substrahieren. So, einmal hier. Ihr könnt ja pausieren. Also 5 halte ich für falsch. Ne, ich glaube nicht. Was gibt es denn noch? Ist das nur ein Fahnen? Da sind noch so Gräser dazwischen. Ja. Okay. Schreibe ich mal alles auf. Alle wichtigen Informationen. Also ich schreibe Fahngrün auf. Ich schreibe 5 auf. Ich schreibe Gräser auf. Wie viele? Das ist nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass das... Das kann man tatsächlich ja ganz leicht zählen. Also einigermaßen. Ich schreibe vielleicht nicht irgendeine auf. 6. Du kannst, glaube ich, gar nicht zählen. Mit dir ist die Gehaltsverhandlung, glaube ich, ganz geil. Ja. So, was ist denn da noch? Wollen wir ganz kurz gucken. Ist der irgendwo schon... Wird der irgendwo schon braun oder so? Ist der Schädlingsbefall oder wird der... Ich wollte jetzt eigentlich hier nicht über seine politische Gesinnung reden, Martin. Aber wenn du da auch für deine Profilerei das aufschreiben musst, von mir aus, Tendenz ins Braune. Meinst du? Schau mal, der hebt ja auch schon den einen Arm so. Tendenz ist wirklich übertrieben. Am Rand braun. So, also mal... Einige Elemente am Rand braun. So, einige Elemente am Rand braun. Ist öfter so am Rand braun. Auch in der Gesellschaft. Ja. So. Irgendwas, was dir noch auffällt, was dir jetzt irgendwie wichtig wäre? Der sagt das ja nicht zum Spaß. Hast du noch irgendwas? Jetzt, spontan. Haben wir gefragt, wie er heißt? Schau, ob da ein Namensschild ist. Schau, ob da ein Namensschild ist. Gefragt. Wie willst du denn fragen? Wo soll ich denn dein Namensschild sein? Hast du gefragt oder nicht? Ich hab nicht gefragt. Ja, toll. Das ist ein Faden. Ich rede da nicht mit einem Faden. Ich bin doch nicht dumm. Ich bin ein Idiot. Eben. Du musst ja nicht mit dem Namen schilden. Du musst ja nicht mit dem Namen schilden. Du musst ja nicht mit dem Namen schilden. Wo ist das mit dem Namen schild? Was soll das jetzt mit dem Namen schild? Wo kommt das denn jetzt her? So ein Quatsch. Das ist ja echt ein Blödsinn. Das können wir auch einfach über die Telefonliste nachgucken. Die Nummer vielleicht. Ich hab auch schon geguckt, ob er irgendeine Mitarbeiternummer hat. Oder Telefonnummer. Da steht ja irgendwo was. Na dann halt nicht. Ich guck jetzt nochmal ganz genau hin. Also ich finde, wir haben alle wichtigen... Ich guck nochmal ganz kurz. Fahren grün 5, Gräser. Einige Elemente am Rand braun. Schwarze Erde schreib ich nochmal wieder auf. Ich schreib aber dazu in Klammern. Lichteinfall abhängig. Meinst du, das könnte auch? Was könnte sonst dunkelbraun? Ja. War das in Klammern? Lichteinfall abhängig. Das ist ja dein Adjektiv, also kleingeschrieben. Lichteinfall abhängig. Ja, genau. Ja. Gut. Und jetzt vielleicht noch ganz zuletzt, wo er drinsteht. Das ist das... Wie nennt man das? Das ist ja kein Blumentopf. Wie nennt man denn sowas Großes? Das ist kein Beet. Nee. Wie nennt man denn das? Also ich hab auch schon mal fest montiert. Fest... Montiert. Aber was ist fest montiert? Hier so... Wie heißt das nochmal? Wie heißt denn sowas? Bottich. Ein Tank. Bottich, also ziehe ich auch irgendwas sowas Rundes, ne? Ja, ne? Hm. Schreib mal Bottich, Klammer auf, Eckig. Eckiger. Aber Eckig. Mit Eckig. Bottich. Aber auch dann Bottich, Klammern, Eckig. Ja, das reicht aber auch. Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Fakten. Ich gehe das jetzt kurz fotokopieren. Und dann hängen wir das aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Wir beide schon. Oder spielt das für anders in der nächsten Folge? Weiß ja nicht. Vielleicht spielt das einer von denen dann. Werden wir sehen. Ja. Also. Ich bin Martin Lee. Ja, ich bin Michi Oberweier. Tschüss. Tschüss.